recht herzlich willkommen zur neunzigsten folge von europa universalis 4 mit england ja schauen wir mal hier rein das unabhängigkeitsstreben ist hier angesagt kriegen wir da keine jungs herrscher beschwichtigen geht nicht zöder reduzieren ja können wir machen ist das fünf prozent weniger das geht schon mal gut sind wir hier auch so wir nehmen mal die pause ross die sind da mal den handelskriegsgrund gegen brandenburg sehen uns nicht als rivalen an die auch nicht okay alles klar das sind 7,56 wenn wir die alle rauskicken würden drohende katastrophe okay eine revolution stabilität mehr als drei ja dann müssen wir jetzt mehr stabil kriegen ne da fehlt aber hier noch einiges 73 momentan da müssen wir ein bisschen mehr kriegen ne prestiges und da war und so sieht es aus alles klar ja das nicht gut wenn er so wenig prestig haben nächste runde können wir den wald stabil erhöhen und dann komm mal denkst du ist noch nicht ein punkt fehlt geld sind wir schon mal 284 da können wir auch was abbezahlen das geht auf jeden fall ist immer noch eins okay interne konflikt haben wir auch noch naja lasst uns mal gerade die schulden abbezahlen die sind hier mal wieder ein telgen zurück abgrund den krieg erklärt hier haben wir 28 taler jetzt da bekomme prestig das nehmen wir schon ohne nachzudenken und 30,26 das hört sich gut an da wollte ich hin das ist hier aber immer noch nicht gut ne ja das ist noch schlecht hier ist auch schon wieder da 50 prozent grüterzöller reduzieren wird sich aber auch wieder 5 prozent ändern und dann egal ne machen wir jetzt mal weil geld ist jetzt nicht so entscheidend gerade ok hier ist noch nix oh 40 sind es jetzt sogar wow lassen wir mal weiterlaufen es wird immer mehr wo kommen denn das jetzt sind aber noch im amt ne noch zwei runden dann können wir wieder ein credit abbezahlen das ist schon mal gut ok das war ein ordentlicher spritzer an prestige 323 das müssen wir gleich auftilgen können ok ok kann sich ändern ok das haben wir gleich auch was sind wir denn hier den erstmal abbezahlen jetzt und mal ein bisschen mehr kuchen wir können noch das ist über rund ne anspruch fing hier nur ok 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 und mehr geht nicht alles klar geht noch nicht was macht's geld dauert noch einen moment aber dann ist auch nur einer zu töten haben wir das wäre auch geschafft die österreicher sind da drinnen können wir den eigentlich hier wieder anwandeln nicht wirklich dann hat man noch da oben die Skandinavia da würde es mich auch interessieren oh da ist noch viel schlechter und was machen wir diese Herrschaften oh da ist nicht wenig dann ja müsste man mal gucken ne was ist denn geht denn hier noch was können wir nicht gut wir müssen mal gucken ob er das prestige ist schon 100 das müsste alle wieder gehen noch nicht 145 wow das ist nicht wenig ne ok Geld geht noch nicht ne eine Runde noch ja 320 gleich dann ist das aber auch weg so dann sind wir das los das ist schon mal gut so jetzt gehen wir hier mal gerade hin weil da geht es ja ne 145 war das ne ja das dauert noch einen Moment Agent wurde entdeckt ok wenn wir den zurückziehen und dann machen wir mal das war das Aragon ne knapp da oh geht sogar jetzt bestätigen wir das Bündnis doch mal da kommt die Staatsöhre dann rein akzeptieren wir natürlich auch und dann nochmal jetzt 142 gleich geht das noch mit der so 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 bei Rennität hätte ich jetzt beinahe gesagt Stabilität natürlich ok ok so da sind wir schon auf Stufe 2 da brauchen wir jetzt nochmal 195 dann Stufe 3 zu erhalten um das hier abzuwenden so 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 ja mal pausieren wer war das denn jetzt na lütig ist das und gegen wen ist es gegen Burgund Puh nötig war das ne ja nötig war das ne Klebe hat das auch gemacht ja komm dann machen wir das auch und gehen wir mal darüber gut weiter gehts weiß aber nicht ob das was geht oder nicht geht steht da groß benennen hält keiner können wir sowieso nix anders machen verstecken sie hier hinter jetzt grad oder ok die hat nur grad ne Niederlage auch oder auch rüber ja so 342 Geld brauchen wir nicht abbezahlen aber wir könnten dann hier noch was machen äh äh Patedrale Zahlhaus das passt schon da haben wir sogar mal was gewonnen auch sehr schön selten aber wahr ok großer Führer ist gestorben ok der ist noch da gut könnte wir können schon wieder was bauen machen wir nochmal ein Zahlhaus äh schon wieder was besetzt oder wie sehe ich das das reicht dann doch nicht das Geld dann lassen wir das gerade da haben wir da haben wir eine Schlacht verloren gehen wir da hin das ist aber doof wenn wir unsere Schiffe verloren haben haben sie alle verloren oder sind sie eher wohl den Hafen eingekehrt ok da kommen wir hier ans Land dann müssen wir mal was machen warte machen wir auf den anderen Weg macht mehr Sinn ne so schauen wir mal dass wir die zusammen kriegen bevor die da alle kommen sind ja nur ein paar Männecken ne ok ok die besitzen da schon was hm war jetzt nicht so die dolle Idee die da Einzelnen zu schicken da hätten wir die mal erst gesammelt ne das ist ja der absolute Blödsinn den wir da gerade machen ok 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 Die geht dann befreien, ne? Mal doch noch ein bisschen besetzt jetzt. Komm, dann machen wir noch mehr. So. Sind da welche Abgeordneten, ne? Achso, der ist da drüben, das ist das Problem, ne? Okay. Die gehen mal da hin. Die gehen alle da hin. Dann einen werden die da. Okay. Und dann müssen wir noch ein paar Leute holen. Was geht jetzt hier? Frieden. Warte, das wird zu schnell. Grausamkeit durch Söldner. So. Okay. Hatten wir sowieso nicht. Gut. Jetzt geht das hier weiter. Kommen wir da nur durch? Ne, schade. Obwohl, das ist eine Mann-Vegen-Mann-Geschichte eigentlich. Aber trotzdem verloren. Okay. Und noch ein paar Männer ausheben. Da war's. So, das haben wir geschafft. Dann macht das weg. Wir sind das elf Einheiten, okay. Müssen wir noch ein paar nachlegen, glaube ich. Weil wir sind einfach wieder zu schwach, wenn. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Okay. Wir sind hier zusammen. Die vier auch noch mal dahin. Okay. Okay. So, jetzt noch mal zusammenkommen hier bitte. Kurze Pause. Machen wir das. Was machen wir denn? Da müssten wir auch noch gerade die Stabilität erhöhen. Das müsste ja jetzt gehen. Dann haben wir drei. Dann ist das hier auch besser wieder abzubauen. So, die haben wir jetzt. Und. Jetzt müssten wir da einmal gucken. Die stehen an der falschen Stelle in dem Sinne. Aber wir können die ja auch gerade rüberholen, oder? Gittert? Na, wir haben keine Flotte mehr. Geht also nicht. Gut. Okay. Das bedeutet, wir holen noch ein paar Männer. Weil ich glaube, wir sind so schwach, dass es nicht mehr funktioniert. Gut. Jetzt laufen lassen. So, die noch zusammenkriegen, die Männer. Wir haben keine Missionen mehr gewählt. Da müssen wir noch was gucken. Da richte eine mächtige Flotte. Und los. Ja. peu Mut. Wupp. das wären 60 brauchen wir nicht das würde bedeuten gegen die flotten und dann wären 40 schiffe nehmen wir das und dann müssen wir ein paar schiffe bauen okay ostindien fahrer transportschiffe so das geld erstmal alle jetzt lassen wir weiterlaufen und ziehen die truppen noch zusammen die da kommen werden so die alle zusammen so jetzt haben wir hier 37 truppen ziehen wir gerade auch der ist gestorben okay dann holen wir den ran und gucken wir ob wir jetzt die britannien da schlagen können mit ihren elf truppen gehen wir erst da rein freien das land und gehen die hin da belagerung nochmal belagerung nochmal das finde ich jetzt doch sind die abgefahren oder was ja ich glaube schon die haben ja truppen geholt aber ich glaube da ist es jetzt so dass die jetzt hier auf dem meer kaputt gemacht werden oder naja okay aber wir machen mal hier eine pause warte mal was jetzt hier passiert okay Folgende Bedingung. Rund tritt Kaläern Großbritannien ab. Rund. Okay, wohl auf. Jetzt haben wir die Gefälligkeit. Okay, okay. So, das erste Mal, dass wir wieder Festland betreten und das in Kalä. Sollen wir nicht meinen, ne? Okay. Machen wir zur Kernprovinz. Und das hier ist jetzt... Äh. Steuernamen, da ist mir alles egal. Ich lehne das ab. Das gehörte schon immer uns. Ja, aber wir wollten ja Pause machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.